Wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist er! Oh! Hallo liebe Klemmerfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei MartinsKlemmerWelt. Ja, worum geht es denn heute? Es geht ja um den hier. Den habe ich endlich fertig und ich habe endlich ein Video darüber gemacht. Habe ich euch angekündigt. Ich begrüße auch alle Neuen, die noch nicht meinen Kanal kennen. Wenn es euch gefällt, dann ist ein Abo da. Kommentare sind auch erwünscht. Und dann wisst ihr noch sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Likes und alles mit euch. Viel Spaß bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.